Selma Lagerlöf, eine Geschichte aus Jerusalem, gesprochen von Annegret Liebminger. In der alten ehrwärtigen Moscheelechse in Jerusalem befindet sich in einem Seiteneingang, der hinter der eigentlichen Tempelhalle weiterführt, eine sehr tiefe und breite Fensternische. In dieser Nische liegt ein alter zerfetzter Teppich ausgebreitet und auf dem Teppich sitzt Tag aus Tag ein der alte Mesulam. Der Wahrsager und Traumteuter ist und gegen ein geringes Entgelt den Besuchern der Moschee ihr zukünftiges Schicksal prophezeit. Nun begab es sich an einem Nachmittag vor einigen Jahren, dass Mesulam, der wie gewöhnlich an seinem Fenster saß, bei so schlechter Laune war, dass er nicht einmal die Größe der Vorübergehenden erwiderte. Niemand ließ es sich jedoch einfallen, über seine Unhöflichkeit beleidigt zu sein, denn man wusste, dass er sich über eine Demütigung kremte, die ihm an diesem Tage widerfahren war. Jerusalem wurde nämlich um diese Zeit von einem mächtigen Fürsten aus dem Abendlande besucht und am Vormittag hatte der hohe Fremdling mit seinem Gefolge El-Aqsa durchwandert. Vor seiner Ankunft hatte jedoch der Vorsteher der Moschee in allen Winkeln und Ecken des alten Gebäudes fegen und abstauben lassen und zugleich befohlen, dass Mesulam sich von seinem Platze fortpacken solle. Er hatte es unmöglich gefunden, ihn während des hohen Besuches da sitzen zu lassen. Nicht genug, dass sein Teppich sehr zerlummt war und dass rings um ihn eine Menge schmutziger Säcke aufgestapelt waren, in denen er sein Hab und Gut verwahrte, Mesulam selbst war auch nichts weniger als eine Zierde für die Moschee. Er war ein unglaublich hässlicher alter Neger. Seine Lippen waren ungeheuer dick, der Unterkiefer weit vorspringend, die Stirn sehr niedrig und die Nase glich erst einem Rüssel. Wenn man dazu nimmt, dass Mesulam eine grobe, verrunzelte Haut und einen dicken, klumpigen Körper besaß, der notdürftig mit einem schmutzigen weißen Schal umwickelt war, so kann man sich kaum wundern, dass ihm verboten wurde, sich in der Moschee zu zeigen, solange der gefeierte Gast sich dort befand. Der arme Mesulam war sich wohl bewusst, dass er bei seiner Hässlichkeit ein überaus weiser Mann war. Deshalb fühlte er sich bitter enttäuscht, dass er den hohen Reisenden nicht zu Gesicht bekommen sollte. Er hatte gehofft, ihm Proben des großen Wissens zu geben, dass er in verborgenen Dingen besaß und so seinen Ruhm und sein Ansehen zu mehren. Seit diese Hoffnung fehlgeschlagen war, saß er Stunde für Stunde trauernd in seltsamer Stellung da, die langen Arme emporgestreckt, als rief er den Himmel um Gerechtigkeit an und den Kopf weit zurückgebogen. Als der Abend herankam, wurde Mesulam aus diesem Zustand betäubenden Schmerzes dadurch geweckt, dass eine fröhliche Stimme ihn anrief. Es war ein syrischer Dragoman, der von einem einsamen Reisenden begleitet, an den Wahrsager herantrat. Er sagte ihm, dass der Fremdling, den er begleitete, gewünscht hätte, eine Probe morgenländischer Weisheit zu sehen, und da habe er ihm Mesulams Gabe Träume zu deuten gerühmt. Mesulam antwortete keine Silbe, sondern verharrte unbeweglich in seiner früheren Stellung. Erst als der Dragoman ihn noch einmal fragte, ob er die Träume, die der Fremde ihm zu erzählen wünsche, hören und deuten wolle, ließ er die Arme sinken, kreuzte sie über der Brust und, indem er die demütige Haltung eines Mannes dem Unrecht geschehen annahm, antwortete er, seine Seele sei an diesem Abend so von seinen eigenen Kümmernissen erfüllt, dass er über das, was einen anderen berühre, nicht klar zu urteilen vermöge. Aber der Fremdling, der ein sehr lebhaftes und gebieterisches Wesen hatte, schien sich nicht um seinen Widerspruch zu kümmern. Da kein Stuhl zur Hand war, stieß er ganz einfach Mesulams Teppich beiseite und setzte sich in die Fensternische. Darauf begann er mit klarer, deutlicher Stimme seine Träume zu erzählen, die dann der Dragoman dem alten Wahrsager übersetzte. Sage ihm, sagte der Reisende, dass ich mich vor einigen Jahren in Kairo in Ägypten befand. Da er, wie du sagst, ein gelehrter Mann ist, weiß er natürlich, dass es dort eine Moschee namens El Azar gibt, die die berühmteste Stätte der Gelehrsamkeit des Morgenlandes ist. Ich ging eines Tages hin, sie zu besichtigen, und fand das ganze ungeheure Gebäude, alle seine Gemächer und Arkaden, alle seine Gänge und Tempelseele von Studierenden erfüllt. Da waren alte Männer, die ihr ganzes Leben der Erforschung der Weisheit geweiht hatten, und Kinder, die gerade im Begriff waren, die ersten Buchstaben schreiben zu lernen. Da waren hochgewachsene Neger aus dem Herzen Afrikas, schöne schlanke Jünglinge aus Indien und Arabien, weitgereiste Fremdlinge aus der Barbarei aus Turan, aus allen Ländern, deren Völkern den Koran verehren. An den Säulen, man sagte mir, dass es in El Azar ebenso viele Lehrer wie Säulen gäbe, saßen die Unterrichtenden auf ihren Schaffelteppichen zusammengekauert. Und ihre Schüler, die sich in einem Kreise rings um sie niedergelassen, folgten eifrig ihrem Vortrag, während sie sich hin und her wiegten. Und sage ihm, dass obgleich El Azar in keiner Weise den Vorstellungen entsprach, die wir uns im Abendlande von einem großen Zentrum der Gelehrsamkeit machen, ich doch über das, was ich sah, erstaunte. Und ich sagte zu mir selbst, sieh, das ist die große Burg und wehr des Islam. Von hier ziehen Mohammeds junge Kämpen aus. Hier, in El Azar, werden die Weisheitstränke gebraut, die die Lehren des Koran frisch und lebenskräftig erhalten. Das alles, sagte der Reisende bei nahe in einem einzigen Atemzug. Nun machte er eine Pause, damit der Dragoman es dem Wahrsager übersetzen könnte. Dann fuhr er fort. Sag ihm nun weiter, dass El Azar einen so mächtigen Eindruck auf mich machte, dass ich es in der nächsten Nacht im Traume wieder sah. Ich sah den weißen Marmorbau, mit den vielen Studenten, alle in schwarze Mäntel und weiße Turbane gekleidet, wie es in El Azar der Brauch ist. Ich durchwanderte Seele und Höfe und erstaunte aufs Neue, welche Burg und Festung dies für den Islam war. Endlich kam ich im Traume an den Fuß eines Minarets, das der Gebeterufer zu ersteigen pflegte, um den Gläubigen zu verkünden, dass die Stunde des Gebets geschlagen habe. Ich sah die Treppe, die sich zum Minarett empor schlängelte, und ich sah, wie ein Mola sie eben hinanstieg. Er trug einen schwarzen Mantel und einen weißen Turban, wie alle anderen. Und wie er so die Treppe hinaufging, konnte ich zuerst sein Antlitz nicht sehen. Aber als eine Windung der Wendeltreppe erstiegen hat, kehrte er mir sein Antlitz zu und, da sah ich, dass es Christus war. Der Sprechende machte eine kurze Pause und seine Brust hob sich in einem tiefen Atemzuge. Niemals kann ich vergessen, obgleich es nur ein Traum war, rief er, welchen Eindruck es auf mich machte, Christus die Treppe des Minarets in El-Azhar hinangehen zu sehen. Es ergriff mich so heftig, dass er in diese Festung des Islam gekommen war, um die Gebetsstunden auszurufen, dass ich aus dem Traum auffuhr und erwachte. Hier machte der Reisende wieder eine Pause, um den Dragoman sprechen zu lassen. Mesulam saß die ganze Zeit ohne Teilnahme da und wiegte sich mit halb geschlossenen Augen hin und her. Er schien dadurch ausdrücken zu wollen, da ich diesen hartnäckigen Menschen nicht entkommen kann, will ich ihnen wenigstens zeigen, dass es mir nicht einfällt, das, was sie sagen, anzuhören. Ich werde versuchen, mich in Schlaf zu wiegen. Das ist die beste Art, ihnen zu zeigen, wie wenig ich nach ihnen frage. Der Dragoman deutete auch dem Reisenden an, dass alle ihre Mühe vergeblich sei, und dass sie kein kluges Wort von Mesulam zu hören bekommen würden, solange er in dieser Laune wäre. Aber der europäische Fremdling schien sich in Mesulams unglaubliche Hässlichkeit und seine seltsamen Gebärden verliebt zu haben. Er sah ihn mit demselben Vergnügen an, mit dem ein Kind ein wildes Tier in einer Menagerie betrachtete, und er hatte nicht die geringste Lust, die Unterredung abzubrechen. Sage ihm, dass ich ihn nicht damit belästigt haben würde, diesen Traum zu deuten, sprach er, wenn er sich nicht in gewisser Weise noch einmal wiederholt hätte. Lass ihn wissen, dass ich vor ein paar Wochen die Sophia-Moschee in Konstantinopel besuchte. Nachdem ich das ganze herrliche Gebäude durchwandert hatte, trat ich auf eine Empore, um einen besseren Überblick über den schönen Kuppelsaal zu gewinnen. Sag ihm weiter, dass man mich während des Gottesdienstes in die Moschee gelassen hatte, sodass sie voll Menschen war. Auf jedem der unzähligen Gebetteppiche, die den Boden der Mittelhalle bedecken, stand ein Mann und verrichtete sein Gebet. Alle, die an dem Gottesdienst teilnahmen, machten gleichzeitig dieselben Bewegungen. Alle sanken zugleich auf die Knie, warfen sich vornüber und richteten sich wieder gleichzeitig empor. Alle flüsterten ihre Gebete ganz leise, aber aus den fast unmerklichen Bewegungen so vieler Lippen entstand ein geheimnisvolles Rauschen, das zu der hohen Wölbung empor stieg und für eine Weile erstarb. Dann kam es von fernen Gängen und Galerien schwebend in melodischem Flüstern zurück. Es war so seltsam, dass einem der Gedanke kam, ob es nicht Gottes Geist sei, der durch das alte Heiligtum brauste. Der Reisende machte wieder eine Pause. Er achtete genau auf Mesulam, während der Dragoman seine Rede übersetzte. Er sah wirklich aus, als bemühe er sich durch seine Beretsamkeit, die Aufmerksamkeit des Wahrsagers zu erzwingen. Es hatte auch den Anschein, als sollte ihm dies gelingenden Mesulams halbgeschlossene Augen funkelten einmal auf, so wie Kohle, die anfängt Feuer zu fangen. Aber halsstarrig wie ein Kind, das sich nicht unterhalten lassen will, ließ der Wahrsager rasch den Kopf bis auf die Brust sinken und begann sich noch ungeduldiger hin und her zu wiegen. Sage ihm, begann der Fremde aufs Neue, sage ihm, dass ich nie Menschen mit solcher Andacht beten gesehen habe. Es teuchte mich, dass es die heilige Schönheit des wunderbaren Baues war, die diese Stimmung der Ekstase hervorrief. Wahrlich, dachte ich bei mir selbst, dies ist noch ein Bollwerk des Islam. Hier ist das Heim der Andacht. Von dieser mächtigen Moschee geht der Glaube und die Begeisterung aus, durch die der Islam eine Großmacht ist. Hier hielt er wieder inne und verfolgte während der Übersetzung genau das Minenspiel in Mesulams Antlitz. Das zeigte keine Spur von Interesse, aber der Fremdling war offenbar ein Mann, der sich gern sprechen hörte. Seine eigenen Worte berauschten ihn. Er wäre verzweifelt gewesen, wenn er nicht hätte fortfahren dürfen. Nun, sagte er, als die Reihe zu sprechen wieder an ihm war. Ich kann nicht erklären, wie mir geschah. Es ist möglich, dass der leichte Rauch von den vielen hunderten Öllampen im Verein mit dem dumpfen, geflüstert erbeteten und ihren einförmigen Bewegungen mich in eine Art Betäubung wiegte. Ich konnte es nicht lassen, die Augen zu schließen, wie ich da an einer Säule gelehnt stand. Bald kam ein Schlummer oder richtiger eine Betäubung über mich. Sie wehrte wahrscheinlich nicht länger als eine Minute, aber während dieses Zeitraums war ich völlig der Wirklichkeit entdrückt. In dieser Betäubung sah ich noch immer die Sophia-Moschee vor mir und alle die betenden Menschen, aber jetzt merkte ich, was ich früher nicht gesehen hatte, dass sich oben unter der Kuppel ein Gerüst befand und darauf standen einige Arbeiter, die mit Pinseln und Farbendosen versehen waren. Sage ihm nun, fuhr der Erzählende fort, wenn er es nicht schon weiß, dass die Sophia-Moschee ehemals eine christliche Kirche war und dass ihre Gewölbe und ihre Kuppel von dieser Zeit her mit heiligen, christlichen Mosaikbildern bedeckt sind, aber dass die Türken alle diese Bilder mit glatter, gelber Farbe übermalt haben. Und nun, im Traume schien es mir, dass die gelbe Farbe an einigen Stellen abgefallen sei und dass die Arbeiter auf die Gerüste geklettert waren, die Übermalung zu ergänzen. Aber siehe da, als einer der Arbeiter seinen Pinsel hob, die Farbe aufzufüllen, bröckelte ein größeres Stück ab und zugleich sah ich dahinter ein schönes Bild von Christus hervortreten. Der Arbeiter streckte abermals den Arm empor, es zu übermalen, aber der Arm schien gelähmt und kraftlos vor dem herrlichen Bilde herabzusenken. Zugleich fiel die Farbe von der ganzen Kuppel ab und das Christusbild zeigte sich in seiner ganzen Herrlichkeit inmitten von engen und himmlischen Herrschern. Da stieß der Arbeiter einen Schrei aus und alle die Betenden in der Tiefe der Moschee hoben das Haupt. Und als sie den Erlöser sahen, von himmlischen Herrschern umgeben, entrang sich ihnen ein Ruf der Verzückung und sie streckten alle ihre Hände empor, aber als ich diese Begeisterung sah, wurde auch ich von einer so mächtigen Bewegung ergriffen, dass ich augenblicklich erwachte. Da war alles wie zuvor. Die Mosaikbilder der Decke waren unter der gelben Farbe verborgen und die Betenden fuhren fort, Allah anzurufen. Als der Tragoman dies übersetzt hatte, öffnete Mesulam ein Auge und betrachtete den Fremdling. Er sah einen Mann, der ihm allen anderen Abendländern zugleichen schien, die durch seine Moschee wanderten. Ich glaube nicht, dass dieser bleiche Mann Gesichte gesehen hat, dachte er. Er hat nicht die dunklen Augen, die hinter den Vorhang des Verborgenen blicken können. Eher glaube ich, dass er hergekommen ist, seinen Scherz mit mir zu treiben. Ich muss auf meiner Hut sein, damit mich an diesem verfluchten Tage keine neue Demütigung trifft. Der Fremde sprach weiter. Du weißt, o Traumdeuter, sagte er und wendete sich jetzt unmittelbar an Mesulam, als hätte er das Gefühl, dass dieser ihn trotz seiner fremden Sprache verstehen könne. Du weißt, dass ein gefeierter Fremdling in diesen Tagen Jerusalem besucht? Die Machthaber hier suchen alles, was in ihren Kräften steht, zu tun, ihm zu gefallen. Es war sogar die Rede davon, um seine Zwillen die zugemauerte Pforte in Jerusalems Ringmauer zu öffnen. Die, die man die Goldpforte nennt und die das Tor sein soll, durch das Jesus am Palmsonntag in Jerusalem einzog. Man erwog wirklich, dem hohen Reisenden die große Ehre zu erweisen, ihn durch dieses Tor, das seit Jahrhunderten geschlossen war, in die Stadt reiten zu lassen. Aber man wurde durch eine alte Weissagung zurückgehalten. Die verkündet, dass wenn dieses Tor geöffnet wird, die Abendländer durch dasselbe einziehen werden, um sich in den Besitz von Jerusalem zu setzen. Aber nun sollst du hören, was mir gestern Nacht geschah. Es war herrlicher Mondschein, das Wetter prächtig und ich war allein ausgegangen, um eine ungestörte Wanderung rings um die heilige Stadt zu unternehmen. Ich ging außerhalb der Ringmauer auf dem schmalen Pfade, der rings um die Stadt läuft und meine Gedanken schweiften auf der Wanderung in so ferne Zeiten zurück, dass ich mich kaum mehr entsann, wo ich mich befand. Auf einmal begann ich jedoch Müdigkeit zu fühlen und ich hätte gerne gewusst, ob ich nicht bald zu einem Tor in der Mauer kommen würde, durch das ich in die Stadt zurück kehren könnte. Nun, wie ich gerade so dachte, sehe ich einen Mann ein großes Tor in der Ringmauer dicht neben mir öffnen. Er öffnete es weit und bedeutete mir, ich möge hindurchgehen. Ich ging, wie gesagt, in meinen Träumen und wusste nicht recht, wie weit ich gewandert war. Ich staunte doch ein wenig, dass ich gerade hier ein Tor befand, aber ich dachte nicht weiter daran, sondern ging hindurch. Sobald ich durch die tiefe Wölbung gekommen war, schlugen die Torflügel krachend hinter mir zu. Da wendete ich mich um, hinter mir zeigte sich keine Öffnung, sondern nur eine vermauerte Pforte, gerade die, die hier in Jerusalem die Goldene genannt wird. Vor mir lag der Tempelplatz, das weite Haramplateau, in dessen Mitte die Umarmoschee thront. Und du weißt, dass keine andere Pforte von der Ringmauer hinführt, als die Goldene, die nicht nur versperrt, sondern zugemauert ist. Du kannst dir denken, dass ich glaubte, ich sei wahnsinnig geworden oder ich träume und dass ich versuchte, eine Erklärung zu finden. Ich sah mich nach dem Manne um, der mich eingelassen hatte. Er war verschwunden. Ich konnte ihn nicht finden. Dafür sah ich ihn umso deutlicher vor mir in meiner Erinnerung. Die hohe, ein wenig gebeugte Gestalt, die langen Locken dem geteilten Bart. Es war Christus. Oh, Wahrsager wiederum Christus. Und sage mir nun, du, der in das Verborgene blicken kann, was bedeuten meine Träume und Gesichter? Was bedeutet vor allem dies, dass ich wirklich und wahrhaftig durch die goldene Pforte gegangen bin? Noch in dieser Stunde weiß ich nicht, wie es zuging, aber ich habe es getan. Sag mir nun, was diese drei Dinge zu bedeuten haben. Der Dragoman übersetzte dies Mesulam, aber der Wahrsager saß noch immer in derselben misstrauischen mörischen Laune da. Es ist gewiss, dass dieser Fremdling seinen Spott mit mir treiben will, dachte er. vielleicht will er mich mit allen diesen Reden von Christus zum Zorne reizen. Er hätte am liebsten gar nicht geantwortet, aber da der Dragoman beharrlich blieb, äußerte er ein paar Worte. Der Dragoman zögerte, sie zu übersetzen. Was sagt er? fragte der Reisende eifrig. Er sagt, dass er euch nichts anderes zu erwidern habe als Träume sind Schäume. Sage ihm dann von mir, erwiderte der Fremdling ein wenig erzürnt, dass dies nicht immer wahr ist, es hängt ganz davon ab, wer sie träumt. Bevor noch diese Worte Mesulam übersetzt waren, hatte der Europäer sich erhoben und entfernte sich mit leichtem elastischem Schritt durch den langen Gang. Aber Mesulam saß still da und grübelte fünf Minuten lang über die Antwort des Fremden. Dann fiel er vernichtet auf sein Angesicht. Allah, Allah, zweimal an demselben Tage ist das Glück an mir vorüber gegangen. Was hat dein Diener verbrochen, dass er dir missfällt? Über die Autorin Selma Lagerlöf Selma Lagerlöf, geboren am 20. November 1858 auf Gut Mebaka in der heutigen Gemeinde Sunne Vemlan, Schweden. Gestorben 16. März 1940, war eine schwedische Schriftstellerin. Sie ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen des Landes und gehört zu den schwedischen Autoren, deren Werke zur Weltliteratur zählen. 1909 erhielt sie als erste Frau den Nobelpreis für Literatur und wurde 1914 als erste Frau in die schwedische Akademie aufgenommen. Sie verfasste religiöse, fantasievolle und heimatverbundene Werke sowie Kinderbücher. Ein sehr bekanntes Werk Lagerlöfs ist die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen, das 1906 1907 erschien. Gegen den Wunsch ihres Vaters ging Lagerlöf 1881 nach Stockholm und besuchte bis 1882 ein Mädchengymnasium. Von 1882 bis 1885 machte sie eine Ausbildung zur Volksschullehrerin am Königlichen Höheren Lehrerinnen Seminar in Stockholm. 1885 starb der Vater, im gleichen Jahr trat Lagerlöf eine Stelle als Volksschullehrerin in Landskroner an. Diese Tätigkeit übte sie bis 1895 aus. Während ihrer Zeit in Landskroner schrieb sie ihren ersten Roman Göster Berling. Dem Buch lagen Geschichten über die Menschen ihrer Heimat zugrunde, die sie als Kind gehört hatte. 1890 gewann Lagerlöf mit fünf Kapiteln aus dem entstehenden Roman bei einem Novellenwettbewerb der Zeitschrift Idon. 1891 erschien schließlich der fertige Roman. Er enthielt jedoch zunächst überwiegend negative Kritiken und verkaufte sich schlecht. Entgegen Lagerlöfs ursprüngliche Erwartung reichten die Einnahmen aus dem Buch bei weitem nicht aus, um den Lehrerinnenberuf aufzugeben. Erst nach einer außerordentlich positiven Rezession des bekannten dänischen Literaturkritikers Georg Brandes im Jahre 1893 setzte sich Gösta Berling auch in Schweden allmählich durch. Heute ist es eines der am meisten gelesenen schwedischen Bücher. Im Jahre 1895 gab Selma Lagerlöf den Beruf als Lehrerin auf und unternahm zunächst bis 1896 eine große Reise durch Südeuropa. Ergebnis dieser Reise war der Roman Die Wunder des Antichrist. 1897 zog Selma Lagerlöf nach Falun in Dallana. Einerseits weil ihre Schwester Gerda sie darum gebeten hatte, andererseits weil Dallana als Zentrum schwedischen Brauchtums und schwedischer Volkskultur galt. In der Gemeinde Naas in der Nähe von Falun war im Jahre 1896 eine Gruppe von Bauern infolge einer religiösen Erweckung nach Jerusalem ausgewandert um sich dort einer amerikanischen Sekte anzuschließen. Dies machte Selma Lagerlöf zum Thema ihres Romans Jerusalem. Neben Wilhelm Mobergs Auswanderer Roman das zweite große Auswanderer Epos in der schwedischen Literatur. Der erste Band von Jerusalem war bereits unmittelbar nach seinem Erscheinen ein großer Erfolg bei Kritikern und Publikum und bedeutete Selma Lagerlöfs endgültigen Durchbruch als Schriftstellerin. Selma Lagerlöf schrieb 1906 ihr bekanntestes Buch Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Dieser Roman entstand im Auftrag des schwedischen Volksschullehrer Verbandes und sollte in den Schulen als Lesebuch verwendet werden. Nils Holgersson ist die fantastische Geschichte eines 14-jährigen Jungen, der zur Strafe für seine Bösartigkeit in ein Wichtelmännchen verwandelt wird und gemeinsam mit den Wildgänsen durch ganz Schweden reist, wobei er in vielerlei moralische Konflikte gerät. Nils Holgersson stellt gleichzeitig einen Erziehungs- und Entwicklungsroman und ein liebevolles Porträt Schwedens dar. Die einzelnen Landschaften werden häufig in Form von Sagen und Märchen vorgestellt, wobei auch damals aktuelle Informationen, beispielsweise über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Schwedens, eingestreut werden. Nils Holgersson wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Bedeutung erlangte der Roman auch dadurch, dass zum ersten Mal in einem literarischen Werk die neue schwedische Rechtschreibung angewendet wurde. Im Jahr 1907 wurde Selma Lagerlöf die Ehrendoktorwürde der Philosophie von der Universität Uppsala verliehen. Am 10. Dezember 1909 erhielt Selma Lagerlöf als erste Frau den Literaturnobelpreis. Aufgrund des edlen Idealismus, des Fantasiereichtums, und der seelenvollen Darstellung, die ihre Dichtung prägen, wie es in der Begründung hieß. 1914 wurde Selma Lagerlöf zum ersten weiblichen Mitglied der schwedischen Akademie gewählt. 1928 erhielt sie die Ehrendoktorwürde der Universität Greifswald. Wart 2 1 1 1 4